So, genug SSO für heute gespielt, dann stelle ich dich in deinen Stallkaramelkiss und wünsche dir jetzt eine gute Nacht. Warte, ich sattel dich noch kurz ab. So. Perfekt. Ich streichle dich auch nochmal an. Willkommen. Hast du heute wieder fein. Bist du heute gut geritten. Dann bis morgen. Tschüss. Hey, er hat die Stalltür offen gelassen. Hm, was mache ich da jetzt? Ich kann hier einfach rausgehen. Und die Stalltür vorne ist auch offen. Perfekt. So, Leute, ich gehe dann mal auf große Touren. Wer will mitkommen? Ist das nicht schön, wenn man die ganze weite Welt von Jorvik alleine erkunden kann? Was gibt's denn hier so? Erst mal ein paar Bananen klauen. Hey, das sind unsere Bananen. Sorry, ich gehe ja schon. Hm, ob die Alte noch ein paar Äpfel hinten im Garten hat? Mal schauen. Ah, hier steht leider nichts mehr. Schade. Naja, muss ich woanders gucken. Ach, wie gut, dass er gerade Geburtstag ist. Da kann ich ja einfach hier die Torte essen. Hm, lecker, lecker, lecker. Hm, ist zwar nicht so gesund, aber naja. Ja, es schmeckt. Ich habe eine Idee. Ich könnte ja mal meine Verwandten in Südhof besuchen. Die werden sich bestimmt über einen Besuch freuen. Wir werden ja lange nicht mehr dort ausreiten. Ich hoffe, die lassen mich ohne Reiter mit der Fähre fahren. Wäre ja echt mies, wenn nicht. Sonst könnte ich ja gar nicht nach Südhof rüber. Ach, perfekt. Da kommt die Fähre. Wollen wir mal drauf. Hey, keine wilden Pferde auf der Fähre. Ach, was soll's. Das ist immer netzer Arbeitstag. Puh, da habe ich ja noch heute Glück gehabt. Ach ja, endlich aufs Südhof. Diese Luft hier ist einfach zu gut. Hm, ob es wohl jemanden stört, wenn ich hier kurz etwas Mais fresse? Hm, wird wohl niemand merken. Hihi. Oh, da sind ja auch schon alle meine Verwandten. Hallo Tante Olga. Hallo Onkel Gustav. Hallo Großtante Marianne. Schön, euch alle wiederzusehen. Ach, ist das schön, mal wieder mit euch allen zu reden. Lass uns einen Tee trinken. Oh nein, Leute, ich muss langsam los. Ich muss wieder nach Hause, bevor er wiederkommt. Tschüss. Äh, hallo, können Sie mich mitnehmen? Ich muss zurück nach Moorland. Ah, dankeschön. Perfekt. So, danke nochmal fürs Mitnehmen. Jetzt aber schnell wieder den Stall. Mal sehen, was die anderen so in der Zeit gemacht haben. Und was habt ihr so gemacht? Also ich habe ja meine Verwandten aufs Südhof besucht. Ja, also ich war auch mal wieder bei meinen Verwandten im Firkhof. Sonst reiten wir ja nicht so oft dahin. War mal wieder schön, die wiederzusehen. Also, ich war auf der Suche nach Futter. Gab auf jeden Fall gar nicht schön viel bei Steve. Du musst da echt mal vorbeischauen. Da liegt einfach so Käse rum. Richtig lecker. Äh, was? Oh, ich habe geschlafen. Ich muss ja morgen wieder fit für die Championate sein. Also, das geht ja sonst nicht. Gut, dann aber schnell wieder ab in meine Box hier. Perfekt. Das wird nichts auffallen. So, einen wunderschönen guten Morgen, Caramelkis. Oh, deine Box war offen. Naja, ein Glück, dass du nicht abgehauen bist. Was machen wir denn heute so?